Willkommen zur 191. Folge von Towns Also ich denke wir bauen hier ein Wachhaus hin, wo die dann da drinnen, wir können ja auch, das war ja die Südwest-Truppe glaube ich, haben wir die genannt oder so, wir können ja auch eine neue Truppe machen, die Nordwest oder sowas, oder die West-Truppe würde ich dann sagen. Das wäre dann die Truppe, die da ist, dafür müssten wir dann mal ein Haus bauen. Ja, jetzt ist die Frage, 1, 4 Felder, ist nicht viel, ne? Dann müssen wir ein bisschen hier erst abarbeiten, oder? Ich denke wir können bis zur, warte mal, dick geht nicht. Das geht. Ach, wir sind viel zu hoch, deswegen geht das nicht. Gut, äh, nochmal das Ganze. Ne, dann doch das, ne? So, jetzt hat's geklappt. Dann nehmen wir den da auch noch weg. Ah, das geht jetzt, glaube ich, schon immer. Und ich glaube, wir haben gar nicht das Spiel ans Laufen gebracht, deswegen passiert auch nichts, ne? So, jetzt haben wir das weg, jetzt müssen wir noch eine Leiter da hinbauen, eine Treppe, nicht eine Leiter, eine Treppe. Die war hier, dort. Und wenn das weg ist, bauen wir da gerade noch eine Treppe hin. So, da kommen schon die Gräber, ne? Genau. Die Buddler. Äh, was ist denn hier passiert? Jetzt wird die untere Etage auch noch gemacht, oder was? Dumm gelaufen, oder wie soll man das nennen? Oder fehlte da was? Ja, dann müssen wir das wieder aufschütten, in dem Sinne. Geht das irgendwie? Wie kriegen wir das hin? Gute Frage, ne? Hm. Ich glaube, wir müssen erstmal den Mood da rauskriegen. Und dann... Destroy Mood. Haubein neues. Und fertig. Jetzt sind noch zwölf hier gekommen, interessanterweise. Äh, ja, müssen wir... Ah, da kommt schon wer und baut das da rein. Das ist ja schon mal super. Klappt das auch? Ja, das klappt auch. Das ist gut. Äh, vier neue Bewohner. Die sollen sich erstmal Dinge entzuholen. Und das hat geklappt. Die Treppe kommt auch schon. Funktioniert also auch. Das heißt, wir können dort... ...die Treppe... ...nicht integrieren, ne? Sondern... ...das destroyen wir mal gerade. Und bauen dann die Hütte dahin. Äh, zurück. Mauer. Mauer. So, das... Na, da ist natürlich auch doof, dann, ne? Mein. Mein. Und mein. ...den Stein ausgesucht. Mauer zwei Felder rein. Oder drei. Zwei. Dann eins, zwei. Und dann machen wir da weiter. Äh, ja. Okay, das läuft. Gut. Dann können wir da auch noch zwei hinbauen. Hier lassen wir einen frei. Machen nochmal zwei. Also insgesamt drei. Weil hier geht's ja dann noch... ...um die Ecke, ne? So. Da machen wir mal noch nichts hin. Mal lassen wir das erstmal hier machen, ne? Ich weiß auch nicht, ob das hier klappt oder... ...ob wir da wieder ein Problem haben. Kommen da denn Steine an. Die wurden hier oben... Ah, da läuft der erste mit dem Stein. Die Frage, wo da hingebaut wird, ne? Okay, an der anderen Stelle. Der sieht mir nach da aus. Okay, die Mauer wird geflickt, das ist gut. Und dann können wir... ...da definitiv noch zwei drauf machen, weil die können ja oben rüber da dran. Passt. Und eine Zone könnten wir da auch schon bilden, oder? Barrax. Nochmal. Aha. Zwei, vier, fünf. Ja, fünf müssen die wenigstens haben. Alles klar. Das bedeutet... Fünf. Ne, ist ja eigentlich so, ne? Ne. Ne, 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 ne. Da wären fünf. Schade, ne? Okay, dann machen wir da... Unlock. Das muss weg. Jetzt wollte der den da wahrscheinlich hinbringen, ne? Unlock. Den machen wir auch. Unlock. Den schnell weg machen. Dann müssen wir daneben das nochmal bauen. Na super, das hat ja wieder gut geklappt. So. Ah, hallo. Warum geht das jetzt nicht weg? Oh. Unlock. Toll geklappt, ne? Unlock. Jetzt nochmal das auswählen. Ne, ich muss es jetzt nicht so machen. Das klappt ja irgendwie richtig gut, ne? So, jetzt haben wir es. Da unten ist fertiggestellt. Na nochmal, wie der Shift hast du nicht gedrückt, ne? So. Und so. Da auch noch einen. Gut. Läuft. Treppe kommt man auch hoch, wenn. Dann müssen wir jetzt noch die Zone für nochmal anlegen. So, jetzt haben wir das. Group 3 Barracks. Okay. Wo ist Group 2 dann? Das passt. Sieht gut aus. Kommt der nächste Stein schon ins Rollen. Eckstein ist auch schon da. Da muss noch einer drauf fürs Dach. Ja, da muss man mal gucken, wo da ein Fenster hinkommen könnte, ne? Die können wir ja auch schon... Ach so, okay. Die müssen ja hier rein, ne? Ja, schade, ne? Naja. Ist jetzt auch nicht schlimm. Wir müssen ja noch einiges an Steine setzen. Das ist wie die dritte Etage dann. Da machen wir nur eine Tür hin. Das passt schon. So, und das... Dieser Stein, den machen wir an Lock, weil da soll's Fenster sein. Fenster waren... Beim Möbel, ne? Genau. Gut. Läuft da oben. Ja, der wird da jetzt nicht weggenommen, oder wie? Liegt daran, weil wir noch nichts Neues ausgewählt haben, wahrscheinlich. Deswegen geht das nicht. So, das funktioniert dann, ne, oder? Ja, das sind zwei Reihen. Ja, das müsste klappen. So, jetzt nochmal zurück zu den Fenstern. Ja, der nimmt da keiner weg, ne? Doch, jetzt... Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir können's ja mal probieren. Sonst müssen wir das da weg machen, aber wir können das auch dann Unlock machen, geht ja auch. Sieht jetzt wieder gerade so aus, als ob da was beim Aufwalsch läuft, aber das ist halt nur optisch so. Die können wir mal abhauen. Ja, da ist gleich schon einer, der das macht. Jetzt wird's auch heller. Okay. Das geht schon mal. Kommt einer und baut das ab. Das passt. Ja, das wird irgendwie nix, ne? Machen wir das nochmal so und dann bauen wir das Fenster rein. So sollte es funktionieren. Jetzt können wir hier schon auf Steine gehen wieder. Und das Häuslein weiterbauen. Hier fehlt's ja jetzt an der Reihe da, ne? Achso, da müssen wir noch einen hinsetzen. Na, auf Shift-Taste eben nicht gedrückt. Sollte funktionieren jetzt, ne? Also können wir hier schon... Ich hab die Steuerungstaste gedrückt und nicht die Shift-Taste. Deswegen geht das nicht, ne? Jetzt geht das nämlich. Warte, das geht auch schon, weil da ist ja schon einer. Und das geht ja auch so, weil das Fenster ist auch schon eingebaut. Geh ich mal von aus, dass es auf dem Fenster gebaut werden kann. Bin mir aber nicht sicher gerade. So, das sieht ja schon ganz schick aus. Geht voran. Barracks sind gleich fertig. Guck mal, da holt einer hier schon die Steine weg und räumt hier weg. Auch super. Das zweite Fenster kommt auch. Krass. So. Mal gucken, ob das klappt mit den Steinen jetzt. Sieht aber erstmal ganz gut alles aus, oder? Okay. Doch, jetzt ist da zu. Genau, passt. Super. Gut. Ja, dann haben wir da die Baracke, ne? Aber hier ist das mit der Tür auch noch nicht so. Wirklich. Ich weiß auch nicht, ob ein Karren durch eine einzelne Tür könnte. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir machen hier noch ein Gegenstück an Mauer. War wahrscheinlich nur ausgewählt, aber... Okay. Wir nehmen das mal weg. Okay, dann können wir da nochmal Steine setzen. Und wohl auch so, der baut schon da den Stein hin. Oh, da komme ich jetzt ganz schlecht an diese eine Stelle, ne? Aber jetzt geht's, okay. Okay, erstmal ernten. Malt Weed. Und da ist auch weg. Steine haben wir nicht ausgewählt. Können wir dann jetzt hier... So machen. Und hier geht aber auch. Dann sind wir auch schon die Steine. Der kann aber eigentlich weg. Okay, der schläft jetzt da oben, ne? Können wir auch nicht für. Das erste Fenster ist zu. Hier ist irgendwie wieder nichts hingekommen. Haben sie gelöscht. Hier können wir drauf machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Sollte aber. Gut. Ah, das Getreide ist da auch weg. Dann können wir da noch einen Stein setzen. Der wurde jetzt woanders weggeholt? Oder wie sehe ich das? Ach, da war bestimmt einer runtergefallen, weil der noch nicht baubar war. Gut. Ah, guck, da hinten ist auch noch einer. Da wird aber bestimmt auch gleich dahin gepackt. Guck, da ist schon einer und macht das. Kann aber auch irgendwie nicht hin. Keiner weiß warum. Okay. Na dann. Mach das mal gerade so. Der holt den da oben weg und bringt den wohin? Da. Hier vorne, das kloppt ganz gut. Ich weiß jetzt nicht. Ach so, okay. Das wird dann doch doppelt hier, aber ist nicht schlimm jetzt. Können wir da, äh. Mach da mal ein Unlock raus. Jetzt hat er, glaube ich, daneben. Ja, den macht er auch daneben. Unlock. Und auf diesen, nee. So, nochmal auswählen. Auf diesen dreien soll ja noch ein Stein drauf, ne? Da sind ja jetzt noch zwei Unlock. Die können sie dann da drauf packen, genau. Ach, was ist hier passiert? Naja. Ist gerade ein bisschen komisch, wenn sie da bauen, ne? Ach, guck mal, da ist noch einer, der verkehrt ist. Den anlocken wir auch noch. Und dann hoffen, dass das da passend hingeht. Schwebt der da in der Luft, ja, ne? Ist ja noch nicht mal richtig runtergefallen, so ein Shit. Ich glaube, da müssen wir da ein Scarfold hinbauen. Und ich weiß aber nicht genau, wo der sitzt. Ich mach's mal so. Okidoki. Vielleicht kriegen die das ja gleich mal hin. Da könnte auch noch ein Stein hin. Okay, der war's wohl nicht. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Das passt. Dieser Stein kann noch anlockt werden. Wenn ich dann weiß, wo er ist, ne? Boah, ist ganz schrecklich jetzt hier, ne? Ja, irgendwo dahin muss er, ne? Aber wo? Wir machen gerade hier noch die Mauer auf da drei Etagen hoch. Und da drei ist gut, ne? Das ist ja wahrscheinlich schon die vierte Etage, oder? Also reingefallen ist zum Glück noch keiner. So, der ist weg. Das ist schon mal gut. Den kann man wegmachen, genauso wie den. Ja, hier ist jetzt noch dieser Stein hier, ne? Ich weiß aber nicht, wo der sitzt. Unlock. Unlock. Ich glaube, jetzt habe ich den richtigen erwischt. Machen wir da noch eine Mauer höher. Hier bei dem Fenster hat nicht geklappt irgendwie. Kann das sein? Jetzt holt einer den da weg. Gut, das passte. Ich glaube, jetzt kriegen wir die Mauer hier auch richtig fertig. Und hier machen wir so. Und da auch. Okay, das sieht gut aus da oben. Vielleicht klappt es ja so, ne? Löcher stopfen? Nö. Die sind aber beide auch noch ausgewählt. Passt jetzt gerade nicht so wirklich da, aber vielleicht kommen wir da ja auch gleich noch zu. Ja, da kommt noch einer mit dem Stein. Aha, ein Loch ist gestopft. Jetzt fehlt nur das da und dann geht es schon voran. Ja, im Fenster hat es auch geklappt. Ja gut. Das wird es schon werden. Gucken wir nächstes Mal noch weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich für die Folge. Fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.